Wo sind deine Sachen? Ich kann noch nicht weg. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Nein, musst du nicht. Ich hab den Polizeibericht gelesen. Ich weiß alles. Ich weiß an dem Polizeibericht auch, warum er das getan hat. Warum er sie fast zu Tode geprügelt hat. Warum er versucht hat, sie zu überfahren. Nein, das muss ich nicht wissen. Du musst es wissen. Mein Gott, Laura! Bist du nicht hergekommen, um herauszufinden, wer sie war? Wer sie war? Was sie war? Meine Mutter und deine Mutter haben sich geliebt. Wusstest du das? Ich hab es mir gedacht. Da ist noch was. Aber du wirst es mir niemals glauben. Laura.